Wir wollen mal schauen, dass wir ein bisschen Aufträge machen können. Haufen Tagesaufträge. Irgendein Bohrteam. Dann machen wir das. Da ist auch ein Bohrteam. Sollte einigermaßen funktionieren. Ich will eigentlich nur Level 100 erreichen. Dann kann ich meinen Charakter spielen. Ich habe zu früh einen Fall schon aufgemacht, war klar. Soll ich das. Okay. 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 So, eigentlich mit dem damit. Okay. So, nicht verkehrt, nicht verkehrt, aber jetzt muss ich mal da runter. Okay. Okay. Nein, nein, nein. Was ist das denn hier? Ich kann das mal mitnehmen, aber ich will eigentlich überhaupt keinen Ranger. Ich will eigentlich das hier, und hier will ich eigentlich das hier, und hier... Ja, was ist das Ranger? Oder Feuer? Feuer ist eigentlich gut. Ja, komm. Was ist das? Ähm, ja. Was wollten wir tun? Hier wollten wir auf jeden Fall mal runter gehen. Okay. Ist keiner hier drin. Dann, äh... Das ist noch da. Das ist noch da. Da. Da ist nix. Hier ist noch einer. Also, noch einer meine ich. Noch ein... ...ne Kiste. Ach der. Genau, Gold. Da ist Bastow. Da ist Bastow. So, sollen wir mal kurz markieren, wo ich eigentlich hin... Und da hin. Da muss ich hin, um glücklich zu werden. Okay. Okay. Ein Barg steht hier nicht rum. Was ist das denn? Noch ein Ranger. Okay. Weil ich das Ranger da gelassen hab. Gehe ich jetzt einfach mal zu meiner Markierung würde ich sagen. Meine Markierung. Ich brauche eigentlich nichts, aber ich... Ja. Genau deswegen mach ich das. Und nice. Ich hab tatsächlich so etwas bekommen, was ich brauchen kann. Ähm... Das nicht. Das ist ja dabei. Ich glaub ich bin schneller, wenn ich einfach da hinlaufe. Oder... Ich hab noch ein paar Kisten. Die gehen auch mit. Oh, nice. Ist irgendwas oben gewesen? Total sinnlos. Mitgenommen. Ähm... Ja... Ja... Jetzt... Ähm... Ich repetiere... Ach Gott. Lass mal mal. Wenn's blau gewesen wäre, hätte ich es mal ausgetauscht. Hä? Wo sind die denn, die Jungs? Wollen die mich veräppelt? Stopp. Oder wo sind die denn? Ähm... Ich hätte da irgendwas machen sollen. Das kann doch nicht sein jetzt. Das ist doch jetzt nicht möglich. Das ist... Erhalte nächstes Ziel beim Bohrteam. Und hier ist kein Bohrteam. Das ist natürlich jetzt... Ähm... Ähm... Ja... Versuchen wir es mal dort. Was soll das denn jetzt wieder? Ähm... Komme ich da oben hin? Oder ist das... Oder ist das ein, ähm... Ähm... Ja... Boah... 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 Und zwar... Ja... Jetzt muss ich da echt... mich entscheiden. Das ist nicht schön. Das muss ich eigentlich... Boah... Ja... Boah... Boah... Ich bin... Boah... Stair? So. Oh, das ist los hier. Na da. Hat der ihn jetzt gekillt? Oh ja, ich sehe wieder den noch. Was er denn? Alter, was geht denn hier? Oh. Oh. So. Okay. Okay. Aber ist jetzt hier eine Aufgabe? Cool. Boah. Alter, jetzt wird langsam weg. Na, komm. So, ich muss mal kurz hier rein rutschen. Oh. So. Oh. Oh, oh. 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 ich habe überhaupt nicht drauf geschaut das ist ein ich habe gedacht ja wenn noch irgendwelchen ja fast ich habe ich habe es